Findest du schon? Ja. Wir sehen uns. Nach 18 Stunden mit 6-stündiger Zeitverschiebung sind wir endlich in Detroit gelandet. Mit einem Aufenthalt. Toileto. 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 Ohne Rauchen. Ohne Rauchen. Eine Stunde. Länger als eine Stunde in der Ölsardine gesotzen. Ja. Und nichts machen dürfen. Doch warten. Ja. Bis wir wieder losgeflogen sind mit Volltanken. Weil ein Thunderstorm in Detroit war. Ein Thunderstorm. So und dann haben wir erstmal unseren Nikotinpegel wieder aufgefüllt. Wie viel waren es? Fünf? Fünf, sechs Stück bestimmt. Fünf Stück. Dass wir das alles wieder nachholen konnten. Aber der Akt war, bis wir draußen waren, ich so, ich wurde befummelt. Nein, gefilzt von einem jungen Security Man. Von oben bis unten, sogar im Schritt nach links und rechts geschoben. Ja, Jogi sieht ja auch aus wie ein Drogist. Ja. Dann haben wir uns erstmal was zu trinken. Kauft. Das sind, wie viel? Zwei Liter? Nein. Ein Liter. Ein Liter. Wo steht denn das? Eis cold and ready to refresh. Refresh. Das ist nochmal ein Liter. Und wir hatten schon eine schöne, nette Unterhaltung. In Englisch. 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 So und jetzt sitzen wir bei Starbucks. Burger King. Japanese Dingsmuster. Und... Coffee Bakery. Upsla. Und Toasted. Ne. So was. So was. So was. Toasted Tempures. Et cetera. Und da vorne ist noch der Flughafen. Und da müssen wir dann, da müssen wir dann hier rum. Fliegen. Und dann gleich wieder links. Und da geht es dann zu A20. Zu unserem Flugsteig. Wo wir dann abfliegen. Um 7.10 Uhr Sporting. Und um 7.50 Uhr Abend. 50. 50. Fliegen wir. Egal. Wir sind ja um 7.10 Uhr schon hinten. Dann fliegen wir nochmal dreieinhalb Stunden nach Old Andor. So. Und wie viel Uhr ist es jetzt? 10 vor 6. amerikanische Uhrzeit. Jawoll. Also 12 Uhr nachts fast. 10 vor 12 nachts. Deutsche Uhrzeit. Tito schläft schon. Tito ist schon Mistig. Ich will ja auch die Bärmflaschen zum Knuddeln. Aber Tito für dich wäre Amerikan nichts. Weil du darfst ja noch nicht immer mit in ein Restaurant. Ne. Hier wird alles diskriminiert. Die Raucher. Wunder. Ja. So. Jetzt machen wir mal wieder einen Cut. Cut. Sag tschüss Cut. Tschüss Cut. Tschüss Cut. Und tschüss Tito.